Hey Church, wie genial ist es, dass dieses Jahr mit einem Sonntag beginnt. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, um dieses Video anzuschauen und das Jahr mit uns zusammen zu beginnen. Ich hoffe, dass ihr eine wunderbare Weihnachtszeit hattet, dass ihr erfrisch seid, dass ihr gutes Essen gegessen und euch geliebt und gewertschätzt gefühlt habt. Es ist 2023 Church und wir sind voller Hoffnung für ein gutes Jahr. Im November haben wir als Keyteam zusammengesetzt und darüber gesprochen, dass wir in diesem Jahr, 2023, dass wir längere Zeitabschnitte in einem Buch in der Bibel verbringen möchten. Und Nina Madlena, Nina Madlena, Shoutout an alle in Wien. Sie hat erwähnt, dass Woodchurch eine tolle Serie über den Philippe Brief gemacht hat. Und alle, wirklich alle waren begeistert und haben zugestimmt, weil der Philippe Brief als Brief der Freude bekannt ist. Also, ich habe Don Cherie kontaktiert und sie hat dann mit mir die Reise durch den Philippe Brief geteilt. Wir haben einiges geendet, damit es euch in unserem Kontext am besten dient. Aber ich möchte trotzdem, ich möchte eine besondere Dankeschön aussprechen an Don Cherie und Rich Wilkerson, weil sie all ihre Ressourcen mit uns geteilt haben. Yes, und ich freue mich so sehr darauf, dass wir die nächsten fünf Wochen damit verbringen, von dem sogenannten glücklichsten Buch der Bibel zu lernen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte definitiv mehr Freude in meinem Leben in 2023 haben. Der Philippe Brief ist ein kraftvolles Buch im Neuen Testament, das vom Apostel Paulus geschrieben wurde. Er ist nur 104 Verse lang, dieser Brief, aber 16 davon enthalten das Wort Freude oder sich freuen. Was dieses Buch aber so beeindruckend macht, ist nicht nur das, was Paulus sagt, sondern vielmehr der Ort, von dem er es ausschreibt. Nämlich einer Gefängniszelle, in der er auf seine Hinrichtung wartet. Und eines der Dinge, die uns 22 gelehrt hat, ist, dass man auch, wenn man in Situationen gerät, von denen man nie gedacht hätte, dass man sie erleben würde, dass man trotzdem Freude haben kann. Der Feind mag darauf aus sein, zu stehlen, zu töten, zu zerstören, aber er kann uns nicht unsere Freude nehmen, wenn wir wissen, wo wir sie herhaben und wie wir sie bewahren können. Come on. Und Freimuth, du bist von Natur aus so ein fröhlicher Mensch. Und ich bin manchmal neidisch und wir lachen oft zusammen, weil auch wenn wir beide das gleiche Essen erleben, den gleichen Bericht hören, den gleichen Ausflug machen können, wird Freimuth es so viel mehr genießen als ich. Stimmt. Warum ist das so? Weil du so eine positive Einstellung hast und selbst wenn Dinge wirklich schwierig sind. Und ich denke, das ist etwas, von dem wir hoffen, dass wir als ganze Church in den nächsten fünf Wochen darin wachsen können. Ja, wisst ihr, wenn das Leben uns unter Druck setzt, dann sieht man, was wirklich in uns steckt. Und wir können hier so viel von Paulus lernen. Meine Hoffnung ist, dass egal, was kommendes Jahr passiert, wenn wir unter Druck stehen, dass das, was aus uns herauskommt, dass es süß und nicht sauer ist. Die Kunst der Freude ist mehr als nur eine Typsache, eine Persönlichkeitsfrage. Sie ist eine bewusste Entscheidung. Und so freue ich mich auf die nächsten vier Sonntage. Ich freue mich auf unsere Kleingruppen, auf die wöchentlichen Devotionals, in denen wir unsere eigene Zeit mit Gott verbringen können und ihm erlauben können, persönlich zu uns zu sprechen. Also, wenn du dich für unseren Church Newsletter angemeldet hast, bekommst du wochentliche Lesepläne in dein E-Mail-Postfach, die du herunterladen und ausdrucken oder als Vorlage für dein eigenes Tagebuch verwenden kannst. Oder du kannst einfach auf unsere Website hillsong.de slash freudagehen. Aber Church, lass uns das wirklich gemeinsam tun. Lass uns gemeinsam den Philippe-Brief lesen und gut darin werden, uns für die Freude zu entscheiden. Diese Woche lesen wir Philippe Kapitel 1. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, auch heute, diesen ersten Tag dieses Jahres, 15 bis 20 Minuten Zeit zu finden, um das ganze Buch auf einmal zu lesen, bevor wir es Vers für Vers auspacken. Und das wollen wir jetzt tun, weil du wirst predigen. Philippe 1, Vers 1 bis 11. Hier wollen wir starten. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, euch wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zu Ruhm und zur Ehre Gottes. Und Gott, ich danke dir so sehr, dass wir einsteigen dürfen, dass wir eintauchen dürfen in dein Wort, in diese ersten paar Verse. Und ich bete, dass du zu uns sprichst und ich bete, dass du uns hilfst, dein Herz zu verstehen, zu wachsen und zu ergreifen, was du in uns tun möchtest, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht, wo auch immer ihr zu Hause sitzt und wo auch immer ihr das anschaut. Ich freue mich so, dass wir gemeinsam starten können. Und vielleicht können wir ganz kurz, bevor wir einsteigen in diese ersten paar Verse, uns nochmal anschauen, wer diesen Brief hier eigentlich schreibt. Wir reden von Paulus. Paulus ist einer der Apostel. Paulus ist wahrscheinlich der bekannteste Apostel und der die größten Teile vom Neuen Testament geschrieben hat. Er selber war aber nicht immer gläubig. Er war nicht immer ein Nachfolger von Jesus und ein gottesfürchtiger Mensch war er. Aber diese ganze Messias-Geschichte, dieses Ganze mit Jesus, er war er, der, der Christen verfolgt hat. Und dann, wir können seine Geschichte in der Apostelgeschichte nachlesen. Ich will dir Mut machen, vielleicht kannst du zeitgleich ein bisschen die Apostelgeschichte lesen, weil dort erleben wir in Kapitel 9, wie er eine persönliche Begegnung mit Jesus hat und wie sein Leben komplett auf den Kopf gestellt wird. Und er jetzt ein Jesus-Nachfolger ist und umherreist, um Menschen von diesem Jesus zu erzählen. Und wenn du dann ein bisschen weiter gehst, kommst du nach Kapitel 16. Und in Kapitel 16 kannst du nachlesen, nämlich genau, was in Philippi passiert ist. Dort, wo die Christen wohnen, an denen dieser Brief adressiert ist. Und du kannst nachlesen, was ihm, Paulus, dort alles widerfahren ist. Und wenn wir gleich darauf eingehen, was wir von Paulus lernen können und du das vorher gelesen hast, dann kannst du nachvollziehen, woran Paulus hier denkt, an wen Paulus hier denkt und was das in ihm wohl ausgelöst hat. Also lass uns schauen, was sind denn so Dinge, die wir lernen können, wenn es darum geht, freundlich zu sein, wenn es darum geht, Freude zu haben, wenn es darum geht, dankbar zu sein. Und das ist das, was mir in den ersten Versen auch direkt auffällt. Ich meine, Paulus sitzt hier in einer Gefängniszelle. Paulus wird verfolgt. Paulus hat so viele Dinge in seinem Leben erlebt. Aber was wir hier rauslesen können, aus dem, was er hier sagt, wir können nicht rauslesen, dass er enttäuscht ist oder einen gewissen Sarkasmus oder Ironie oder... Nein, was wir hier hören von Paulus ist Liebe, Dankbarkeit, Freude. Sein ganzer Spirit ist ein glücklicher Spirit, ein freudiger Spirit nach all dem, was er erlebt hat. Und lass mich da direkt mal kurz innehalten. Freude ist so viel mehr als nur ein Gefühl. Den Satz habt ihr wahrscheinlich schon öfters gehört. Freude ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Und ja, es ist eine Entscheidung, das stimmt. Und darüber werden wir sprechen. Aber ich glaube auch, Freude ist viel mehr als nur eine Entscheidung. Freude ist die Frucht einer tiefen Offenbarung davon, wer Gott ist, was er in deinem Leben tut und wer du durch ihn bist. Und dann ist es egal, in welche Umstände du kommst, egal, was in deinem Leben passiert, wenn du weißt, wer Gott ist, wenn du weißt, wie gut er ist, wenn du weißt, wie treu er ist, wenn du weißt, dass er in dir am Werke ist und wenn du daran denkst, dass du ein Kind Gottes bist, dann kannst du eine tiefe Freude verspüren. Und ja, die ist eine Entscheidung. Und es ist so wie jede Disziplin, die man vielleicht ausführen möchte in seinem Leben. Es beginnt mit einer Entscheidung. Ich weiß, es geht mir gerade nicht gut. Ich entscheide mich, auf die richtigen Dinge zu schauen. Aber je öfter du dich richtig entscheidest und je tiefer deine Offenbarung von Jesus wird, desto mehr wird es automatisch die Frucht deines Lebens sein, dass du dankbar bist, dass du voll Freude bist, auch wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Aber was macht Paulus hier? Was können wir in den ersten paar Versen rauslesen? Hier ist das Erste und du kannst es dir aufschreiben, wenn du willst. Ich habe drei Punkte, du kannst sie mitschreiben. Hier ist das Erste, was wir sehen, was Paulus tut. Paulus erinnert sich an das, was Gott getan hatte. Philippe 1, Vers 3. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, dann danke ich meinem Gott für euch alle. Paulus erinnert sich an all das, was in Philippi ihm widerfahren ist. Er denkt an all das, was er erlebt hat, an all die guten Dinge. Und weißt du was? Oftmals, wenn ich zurückdenke an gewisse Dinge, erinnere ich mich nicht an das Gute, sondern eher an das Schlechte. Und Paulus hatte genug Gründe, um an die schlechten Dinge zu denken, die ihm widerfahren sind dort. An die Verfolgung, die er erlebt hat. An die Zeit im Gefängnis, in dem er war. An all das aber nein, er entscheidet sich, an die guten Dinge zu denken. Ich frage mich, woran du denkst. Ich glaube, als Paulus in diesem Gefängnis saß und geschrieben hat, an die Christen in Philippi, hat er nicht nur so eine durchschnittliche Dankbarkeit für all das, was Gott da wohl so tut, sondern ich glaube, er hat ganz spezifisch an Menschen gedacht, an Momente gedacht. Da war zum Beispiel dieses Mädchen, was von Dämonen besessen war, was ihm nachgelaufen ist für vier Tage und ihn so belästigt hat. Und er hat für sie gebetet, die Dämonen sind ausgefahren und sie wurde frei. Er hat daran gedacht, dass da ein Mädchen war, die besessen war und die jetzt in Freiheit lebte. Er hat bestimmt gedacht an den Gefängniswärter, der sie bewacht hat. Und dann kam dieses Erdbeben, die Gefängnistore sind aufgesprungen und sie sind rausgelaufen. Und dieser Gefängniswächter wollte sich selber schon umbringen, weil er Angst hatte, dass er die Gefangenen hat fliehen lassen und die Konsequenzen, die das für ihn wohl haben würde. Aber Paulus sagt, nein, nein, wir sind alle noch da. Und er teilt das Evangelium mit diesem Gefängniswärter. Und der Gefängniswärter sagt, boah, das ist ja die beste Nachricht ever. Komm zu uns nach Hause. Und dann sind sie zu ihm nach Hause. Der gesamte Haushalt hat sich für Jesus entschieden und sie haben ihn getauft. Ich bin mir sicher, in diesem Moment hat Paulus genau daran gedacht oder an Lydia, die Purpur-Händlerin, diese erfolgreiche Geschäftsfrau, die ihr Haus öffnet und die erste Gemeinde finanziert hat, unterstützt hat, so viele spezifische Dinge. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir alle ganz spezifisch sind, wenn wir zurückdenken. Was waren die Momente, wo Gott eingegriffen hat? Was waren die Momente, wo Gott gewirkt hat? Was waren die Momente, wo wir jetzt voller Dankbarkeit zurückblicken können, weil Gott etwas in unserem Leben getan hat? Wenn wir zurückdenken an das, was Gott getan hat, werden wir dankbar. Und wenn wir dankbar sind, dann werden wir stark. Und ich will stark sein. Ich will stark sein für unsere Church. Ich will stark sein für meine Familie, für meine Kids. Ich will stark sein für meine Ehe. Ich will stark sein für meine Freunde. Botschaften für die Message vom Evangelium. Und damit ich stark sein kann und dieses Leben leben kann, brauche ich einen dankbaren Spirit. Und den bekomme ich, wenn ich zurückblicke auf all das, was Gott in meinem Leben getan hat. Das Erste, was Paulus hier tut, er denkt zurück spezifisch an Dinge, die er gesehen hat, die Gott in seinem Leben getan hat und ganz besonders in Philippi getan hat. Das Zweite, was er tut, und wir können es lesen in Philippe 1, Vers 6, ist nicht nur, dass er zurückblickt auf das, was Gott bereits getan hat, sondern Paulus freut sich, und das ist der zweite Punkt, er freut sich auf das, was Gott noch tun wird. Philippe 1, Vers 6, hier zeigt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bin überzeugt, dass der, nämlich Gott, dass der, der etwas angefangen hat in eurem Leben, es zur Vollendung bringen wird. Paulus ist nicht nur dankbar für das, was war, sondern er freut sich auf das, was Gott noch tun wird. Ich frage mich, worauf freust du dich in diesem Jahr? Welche Erwartungen hast du an Gott, was Gott wohl tun wird in deinem Jahr, in 2023? Ich bin voller Begeisterung, ich bin voller Glaube, dass Gott noch längst nicht fertig ist mit dir oder mit mir und dass er etwas tun möchte, aber es ist wichtig, dass wir diesen Vers richtig lesen. Hier steht, dass Gott das zu Ende bringt, was er angefangen hat, nicht die Idee, die du oder ich hatten. Es ist ein großer Unterschied, ob Gott das Werk vollbringen möchte, was er begonnen hat, oder ob er etwas verbringen soll, von dem wir uns wünschen, dass er es macht, weil es meine Idee war. Oftmals sind Gottes Wege andere Wege als unsere Wege. Und oftmals sind Gottes Ziele andere Ziele als unsere Ziele. Aber ich weiß, wenn wir uns nach seinen Zielen ausrichten, wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir ultimativ die Glücklichkeit finden. Was ist denn oder womit hat Gott denn angefangen in meinem Leben? Was ist denn sein Ziel? Sein Ziel ist, dass wir seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist das ultimative Ziel. Oftmals verlieren wir uns in so, hey, meine Berufung, meine Bestimmung, ich will erfolgreicher Geschäftsmann sein, ich will einen Partner finden, ich will eine Familie haben. Wenn Gott mich wirklich liebt, dann wird er mir Erfolg geben in allem, was ich tue. Aber Gottes höchstes Ziel ist weder, dass du ein erfolgreicher Geschäftsmann bist, noch dass du einen Partner fürs Leben findest, noch dass du Erfolg hast in allem, was du tust. Sein größtes Ziel ist, dass du ihm, nämlich Jesus Christus, ähnlicher wird. Und er verspricht uns hier, er sagt, hey, dieses gute Werk, das ich angefangen habe in euch, nämlich, dass ihr euch verändert, dass ihr transformiert werdet, dass ihr ein neues Herz bekommt, eine neue Hoffnung bekommt, eine neue Perspektive bekommt, dass ihr wachst. Dieses Ziel, das wird Gott in diesem Jahr weiterführen mit dir und mit mir. Er will, dass dein Glauben gestärkt wird. Er will, dass dein Charakter geschärft wird. Er will, dass du dich in seiner Gnade etablierst. Er will deine Offenbarung von seiner Liebe vergrößern. Er will dir Frieden schenken, Freude geben, Hoffnung säen. Er will dich zu einem Jünger machen, zu einem Licht in der Dunkelheit, zu einem Zeugnis seiner Güte. Und ich will dich ermutigen, fang das Jahr doch mal so an. Träume nicht davon, was du willst in diesem Jahr, sondern fang an zu träumen, was Gott mit dir wohl vorhat. Wie er dich wohl verändern möchte im Jahre 2023. Und dann, wow, dann können wir voller Freude in dieses Jahr gehen, weil wir wissen, dass Gott am Werke ist. Wir sehen hier also, Paulus, er ist super dankbar für das, was Gott getan hat. Er freut sich näher auf das, was Gott noch tun wird. Und hier ist mein dritter und letzter Punkt. Paulus liebt das Werk, das Gott hier vollbringt. Paulus liebt das Werk, das Gott hier vollbringt. In Philippe 1, Vers 7 bis 8, da spricht er davon, von seinem Herz und von seiner Liebe und von all dem, was Gott tut. Es gibt einen Unterschied dazwischen, oder es gibt einen Unterschied zwischen etwas zu lieben oder etwas zu mögen. Also keine Ahnung, wie es dir geht. Ich liebe meine Frau, okay? Honest Talk, Hashtag Honest Talk. Ich liebe meine Frau, aber ich mag sie nicht unbedingt immer. Ah no, Schock. Ich liebe meine Kinder, aber ich mag sie nicht unbedingt immer. Und vermutlich beruht das auf Gegenseitigkeit. Etwas zu lieben und etwas zu mögen ist ein großer Unterschied. Mögen, jemanden mögen oder etwas zu mögen ist eine momentane Aufnahme von einem Moment, eine Momentaufnahme. Aber jemanden zu lieben ist eine ganze Lebenseinstellung, die man hat. Eine Erwartung, ein sich hinwenden zu jemandem oder zu etwas. Ich bin mir sicher, wenn du dir Paulus anschaust, ich bin mir sicher, er hat nicht gemocht, im Gefängnis zu sitzen. Ich bin mir sicher, er hat nicht gemocht, auf seine Hinrichtung zu warten. Ich bin mir sicher, er hat nicht gemocht, verfolgt zu werden. Aber er hat durch seine momentanen Umstände hindurchgeschaut und hat gesehen, was Gott durch diese Umstände bewirkt. Und er liebt zu sehen, was Gott hier tut. Und später im Philippabrief werden wir es auch nochmal lesen, wie er davon erzählt. Wow, ich weiß, ich bin hier im Gefängnis, aber ich freue mich darüber, weil durch mich haben jetzt alle hier von Jesus gehört. Er mag vielleicht nicht, was passiert, aber er liebt, was Gott tut. Vielleicht hast du nicht gemocht, was in deinem Leben passiert ist letztes Jahr. Oder was in deinem Leben passiert jetzt gerade. Aber ich glaube, wenn wir die richtige Perspektive behalten, wenn wir unsere Augen öffnen, dann können wir in unseren momentanen Umständen des Leidens, des Verlustes, der Angst, vielleicht sehen, was Gott tun möchte. Was Gott am Wirken ist. Er war im Gefängnis. Aber schau, was Gott tut. Vielleicht bist du gerade eingeengt. Du fühlst dich so an, als sei dein Leben eng. Als seist du stuck irgendwie. Als würdest du nicht vorangehen. Aber vielleicht benutzt ja Gott genau diesen Moment. Und du kannst diesen Moment lieben, weil du nicht weitergehen kannst, heißt, dass du hier bist. Und vielleicht will ja Gott genau hier etwas machen. Dann kommt dieses Erdbeben. Paulus hat dieses Erdbeben. Und weißt du, wir lesen diese Bibelstelle in Apostelgeschichte 16 von diesem Erdbeben. Und wir lesen das so, als sie haben gesungen und dann kommt ein Erdbeben. Und sie sitzen da und denken, oh yes, Gott schickt ein Erdbeben. Ich glaube nicht, dass das so war. Ich glaube, die saßen da, haben Gott gepriesen und dann kommt ein Erdbeben. Und mein erster Gedanke war, okay, ich sitze hier in einem Verlies. Hier gibt es keinen Ausweg. Jetzt kommt ein Erdbeben. Das ist scary, Freunde. Aber was hat er getan durch dieses Erdbeben? Durch dieses Erdbeben sind die Tore aufgesprungen und neue Wege haben sich eröffnet. Vielleicht wird in deinem Leben gerade alles erschüttert. Vielleicht bebt es wirklich in deinem Leben. Und du musst dieses Beben nicht mögen. Aber wir dürfen lieben, was Gott durch dieses Beben bewirken wird in deinem Leben und in meinem Leben. Er nutzt Dinge, die uns passieren und er wendet sie zum Guten. Verfolgung. Paulus wurde sein Leben lang verfolgt. Und er hätte jeden Grund gehabt zu sagen, boah, ich habe keine Lust mehr darauf. Aber er sieht in seiner Verfolgung, was Gott tut und er liebt es. Und vielleicht wird dein Glaube, vielleicht wirst du zum Gespött durch deinen Glauben. Vielleicht machen sich Menschen lustig über deinen Glauben. Komischerweise habe ich festgestellt, dass es ist in Ordnung in der heutigen Zeit. Du darfst dann alles glauben. Du kannst Hindu sein und Leute finden es super. Du kannst Buddhists sein und Leute finden es genial. Du kannst an Steine glauben, die dich heilen und Leute finden es auch gut. Du kannst dir irgendwelche Engel irgendwo aufstellen und Leute finden es genial. Aber sobald du Christ bist, denken Leute, du bist komisch. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Aber wer weiß, was Gott in den Zeiten der Verfolgung, in den Zeiten, in denen wir zum Gespött werden, vielleicht tut in unserem Herzen und in unserem Leben. Paulus mag vielleicht nicht, was gerade passiert, aber er liebt, was Gott tut. Ich will dir Mut machen, in diesem Jahr, dass du genau diese Dinge tust. Lass uns daran erinnern, was Gott alles getan hat. Mach eine lange Liste, schreib die Sachen dir auf. Lass uns freuen auf das, was Gott tun wird. Und zwar nicht das, was wir wollen, was wir uns wünschen, sondern was Gott tun möchte. Uns zu reifen, Jüngern zu reifen, Nachfolgern von Jesus Christus zu machen. Und lass uns lieben, was Gott tut. Lass uns durch diesen momentanen Zustand hindurchschauen und erkennen, indem wir durch seine Auge blicken, was er wirklich in unserem Leben vollbringt und in dem Leben von den Menschen um uns herum. Und Gott, so danke ich dir für jeden Einzelnen in unserer Church. Danke, dass du uns führst und leitest dieses Jahr. Ich bete für deinen Segen. Ich bete, dass wir dieses Jahr deine Freude erleben dürfen. Eine so tiefe Freude, die uns von niemandem und durch nichts genommen werden kann. Lass uns zurückblicken auf all die Dinge, die du getan hast. Lass uns freuen auf all das, was du tun wirst, dass dein Wille in unserem Leben umgesetzt wird. Und lass uns erkennen, was du wirklich am Wirken bist. Und lass uns lieben, was du tust in unserem Leben. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. 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 Amen.